Hi, mein Name ist Marie Gomez. Eigentlich ganz schön so ein Stadtleben. 77% der Menschen in Deutschland leben in Städten und Ballungszentren. Das kann auf Dauer natürlich ganz schön eng werden, vor allem wenn wir in Zukunft auch noch CO2 reduzieren wollen, indem wir zum Beispiel mehr Fahrrad fahren. Das bedeutet aber natürlich auch weniger Platz für Autos und damit neue Herausforderungen. Was ist mit den vielen Transportern? Medikamente müssen in die Apotheke, Backwaren in die Filiale. Ja und wir wollen ja auch alle beliefert werden. In Deutschland werden vier Milliarden Pakete pro Jahr verschickt. Das sind etwa 100 Pakete pro Haushalt. Da wäre es natürlich schlau, die nicht alle mit Transportern auszuliefern. Die verstopfen ja unsere Straßen. Dieses Problem wollen wir uns genau anschauen. Beziehungsweise die Lösung des Problems. Da betreffe ich mich jetzt mit Nils. Er arbeitet bei Rytel, einem Joint Bench aus der Krone Holding und der Orbitag AG, das viel Erfahrung im Bereich Logistik hat und mit Rytel seit 2017 neue Wege in der Last-Mile-Delivery geht. Moin Nils, ich habe ja gerade schon den Begriff Last-Mile-Delivery erwähnt. Was heißt das denn eigentlich genau? Für Rytel bedeutet, dass wir Lösungsansätze und verschiedenste Produkte für eine nachhaltige und zukünftige Mobilität entwickeln. Zu unseren Produkten gehören smarte Cargo-Bikes, Wechselboxen, Mikrodepots, Telematik, Sensorik und auch eine eigene Software gehört dazu. Und zu unseren Kunden gehören wirklich die großen Logistikunternehmen, aber mittlerweile natürlich auch andere Branchen, die etwas revolutionieren wollen. Das sind Bäcker, das sind Apotheken, das sind Handwerksunternehmen. Diverse Dienstleister, aber auch Städte und Kommunen hinterfragen ihre Prozesse und versuchen natürlich nachhaltiger ökologischer Lösungsansätze und Transportwege zu finden. Klingt richtig toll und du hast mich ganz neugierig gemacht. Darf ich denn mal eins eurer Cargo-Bikes ausprobieren? Marie sehr gerne. Für diese letzte Meile gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie dieser Treeliner hier. Schlau ist eben alles, was auch Elektro-Unterstützung hat. Dann kann man nämlich mehr Gewicht transportieren. Und alles, was kleiner als so ein klassischer Transporter ist. Aber auch bei Lastenrädern hat sich einiges getan. Wie viel, das möchte ich jetzt gerne herausfinden. Dafür treffe ich mich mit Alexander und Thomas. Die beiden arbeiten bei Rytel in der Produktentwicklung und ich hoffe, dass ich von Ihnen ein bisschen mehr über die neuesten Innovationen erfahren kann. Hi. Hi, grüß dich. Hallo. Toller Fuhrpark. Das ist ja richtig groß. Ist das überhaupt noch ein Fahrrad? Das ist ein elektrisch unterstütztes Fahrrad. Wir haben den Mover entwickelt, um letzten Endes Transporter auf der letzten Meile zu ermöglichen. Habt ihr euch davon irgendwas patentieren lassen? Wir haben die offene Ladebucht patentiert. Das ist der hintere Bereich des Fahrzeugs, wo man quasi die Box einschiebt. Genau. Und diese Box wird dann durch eine Gabel aufgenommen und ein Linearmotor befördert diese nach oben. Gleichzeitig wird die Box im oberen Bereich gesichert. Ich würde den Mover super gerne ausprobieren. Das heißt, ich fahre dann gleich mit dem weiter und den Skiliner lasse ich euch da. Ne? Ja, danke. Viel Spaß. Ja, gerne. Lastenräder sind ja nichts Neues. Dieser Mover hier ist aber schon besonders. Und er lässt sich easy fahren. Die größte Besonderheit ist allerdings dieser Transportbox hinter mir. Und was es damit auf sich hat, das erfahre ich jetzt hoffentlich von Johannes. Er entwickelt globale Strategien und hat die weltweite Implementierung der ganzheitlichen Rytel-Lösung im Blick. Ich habe hier eine Transportbox dabei. Die muss wahrscheinlich genau da rein, oder? Das ist richtig. Zu unserem ganzheitlichen System bei Rytel gehört auch der City Hub. Das Interessante daran ist, dass ich sie als Mikrodepot verwenden kann. Das heißt, im Außenlager werden beispielsweise Lebensmittel oder auch Pakete vorkommissioniert in die Box gepackt. Diese Boxen werden in den Hub transportiert, im urbanen Raum abgelassen. Der Mover Operator kann diese Box dann aufnehmen aus dem Hub und hat dann wirklich sehr, sehr kurze Wege, kann viele Stops machen. Und dieses System muss ja dann auch interessant für Kunden weltweit sein. Absolut. Also wir interagieren auf vielen verschiedenen Kontinenten, in vielen verschiedenen Ländern, weil einfach die Problematik auf der letzten Meile überall gegeben ist. Wie sieht es eigentlich mit Digitalisierung aus? Also ist das auch eine Herausforderung, die euch betrifft? Zu dieser ganzheitlichen Lösung gehört nicht nur die Hardware, sondern natürlich auch die Software. Aber da würde ich auf meinen Kollegen Daniel verweisen, einer der Köpfe unseres Software-Teams. Und er wird dir da ganz viel erzählen können. Okay, dann will ich den auf jeden Fall kennenlernen. Super, vielen Dank. Dankeschön. Mach's gut. Das Prinzip ist klar. Die Kombination aber mit digitaler Logistik scheint der Game Changer zu sein. Und welche Prozesse da im Hintergrund ablaufen und vor allem welche Vorteile das bringt, das schauen wir uns jetzt gemeinsam mit Daniel an. Daniel, von dir möchte ich gerne mehr über eure Software erfahren. Unsere Software liefert fortlaufend aktuelle Informationen über die eingesetzten Fahrzeuge. Und diese Informationen können zum einen dazu genutzt werden, die Einsatzzeiten der Fahrzeuge zu erhöhen. Und zum anderen können planerische Prozesse auf diesen Informationen aufgebaut werden. Kann man dann auch so Daten tracken, wie wo sich der Mover gerade befindet? Das ist eine sehr wichtige Funktion, dass man live sehen kann, wo sich das Fahrzeug gerade befindet. Und dann natürlich zum Beispiel berechnen kann, wie lange braucht das Fahrzeug noch, um einen bestimmten Empfangsort zu erreichen. Vielen Dank, Daniel, für diesen spannenden Einblick. Ich hatte wirklich einen richtig tollen Tag und habe sehr viel mitgenommen. Und ja, zum Abschluss, glaube ich, drehe ich noch eine kleine Runde. Gerne. Tschüss. Ciao. Dass das Fahrrad in der Stadt viele Vorteile hat, das war mir natürlich klar. Aber wie viel Potenzial tatsächlich im Bereich der Logistik steckt, das hat mich dann doch überrascht. Ich bin gespannt, was sich noch alles tut. Mit innovativen Lösungen wie von Ridel sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, um den Vorausforderungen der letzten Meile zu begegnen. Und zwar nachhaltiger und effizienter. Let's ride in the cities. Papa, was ist das? Das ist die Zukunft. Dad. 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 Untertitelung des ZDF, 2020